Nach jeder automatischen Rückkehr zur Ladestation saugt die mobile Absaugeinheit die Schmutzkassette des D-Bot leer. Großer Vorteil für Sie, statt dauernd die kleine Schmutzkassette reinigen zu müssen, müssen Sie nur ab und zu die größere mobile Absaugeinheit entleeren. Hier sieht man nochmal ganz kurz den Absaugvorgang. Und jetzt nochmal zur Kontrolle die leere Staubbox.